Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem weiteren XRP bzw. Ripple Update Video. Und wie kann es auch anders sein? Wir haben endlich mal wieder ein bullisches Breakout gesehen. Nachdem es wochenlang nur eine Richtung nach unten hingab, hat sich der Kurs jetzt endlich mal wirklich am allerletzten Tag hier mal wirklich mal dafür entschieden, nach oben hin auszubrechen. Wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass dieser Punkt hier oben bei den 0,54 US-Dollar Cent hier wirklich entscheidend sein wird. Wir sind rübergekommen mit einer schönen, in Anführungszeichen, impulsiven Candle erst einmal, haben eine Bestätigung gesehen und jetzt kennt der Kurs nur eine Richtung. Mit was das möglicherweise zu tun hat, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video etwas genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr XRP, Traden, Kaufen oder Sonstiges machen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Denn momentan gibt es auch einen kleinen Einzahlungs- oder beziehungsweise Trading-Bonus. Wenn ihr 50 Dollar einzahlt, kriegt ihr 50 USDT als Trading-Bonus obendrauf. Also meldet euch gerne an, wenn euch das ganze Thema Trading interessiert. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan traden wir bei knapp 57 US-Dollar sind. Also wirklich endlich mal etwas Hoffnung hier im Markt. Hat natürlich auch damit zu tun, wir haben bei Bitcoin die 50.000 US-Dollar-Marke gesehen. Wir haben bei sehr, sehr vielen Altcoins, vor allem wenn wir uns mal V-Chain und sowas angucken, extreme Kursanstiege gesehen. Da können wir auch mal wirklich froh sein, wenn wir jetzt hier wie bei XRP wirklich mal 12% Anstieg sehen. Wir haben lange genug drauf gewartet, aber wir hatten auch die ganze Zeit wirklich einen Downtrend. Beziehungsweise muss man auch ehrlicherweise sagen, momentan ist dieser für mich auch immer noch in Gange. Für mich ist dieses Hoch hier oben, da haben wir ja letzte Woche schon, die Woche davor drüber gesprochen, dass vor allem hier oben diese Struktur ab 60 US-Dollar Cent dann über den weiteren Kursverlauf entscheiden würde. Das war das bullische Breakout, worüber wir gesprochen haben. Sobald wir hier drüber kommen und die Bestätigung auf dem Pivot sehen, dann kann es weiter nach oben hingehen. Da sehen wir momentan einen schönen Impuls. Sogar das Volumen ist zuletzt im 4-Stunden-Timeframe wieder sehr, sehr gut angestiegen. Wenn wir uns das mal auf den 1-Stunden-Timeframe auch mal ganz kurz angucken und hier ein bisschen reinzoomen, sehen wir, dass wir hier ein wirklich sehr, sehr schönes Breakout hatten. Interessanterweise, was mich jetzt schon wieder kurzfristig, ich mache mal hier unten ganz kurz die Linie weg, was mich kurzfristig ein bisschen bearischer stimmen würde jetzt, ist, dass wir dieses letzte Hoch hier kurz geholt haben. Das heißt, die Liquiditäten jetzt uns schon wieder auf den Weg nach unten hin machen. Das kann aber kurzfristig auch bedeuten, dass wir uns zumindest mal in Richtung hier der Marke von 55 US-Dollar Cent bewegen. Das heißt, in das kleine Golden Pocket dieser kurzfristigen Bewegung und dann unseren Trend nach oben hin in Richtung 60 US-Dollar Cent fortsetzen. Also das bleibt jetzt erst einmal so das kurzfristige Ziel, in Richtung 60 US-Dollar Cent nach oben hin bewegen. Das Volumen passt auf den größeren Timeframe, davon meine ich jetzt einen 4-Stunden-Timeframe. Wenn wir jetzt hier noch dieses höhere Tief reinkriegen, noch besser und dann gibt ihn in Richtung 60 US-Dollar Cent. Und dann wird es halt hier oben eben darauf ankommen. Wie gesagt, der Pivot R1 plus wir haben hier oben noch eine schöne Supply-Zone, die auch noch reinkommt. Wenn wir uns das mal noch ganz kurz den Daily-Chart auch angucken, sehen wir, dass wir hier auch mehrmals abgewiesen wurden. Auch hier eine Daily-Supply, eine 4-Stunden-Supply-Zone. Also dieser Widerstandsbereich hier oben sollte dann wirklich über die nächsten Wochen und Monate dann auch entscheiden. Wir können uns dann hier nochmal ganz kurz das FIP-Level ziehen. Macht jetzt wahrscheinlich hier sehr, sehr wenig Sinn. Aber einfach mal so der Richtigkeit halber sehen wir auch vor allem dieser Bereich um 60 bis 61, 62 US-Dollar Cent würde dann sogar das 0,5er Fibonacci Retracement Level beinhalten. Also diese Zone hier oben ist für XRP dann wirklich, wirklich entscheidend. Passt aber komischerweise auch sehr, sehr gut dazu, weil ich ja bei Bitcoin und bei anderen Altcoins auch immer noch davon ausgehe. Wir werden nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Das ist meine Meinung. Muss nicht so kommen, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass wir nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Dann würde XRP hier oben in diesem Bereich sehr, sehr gut wirklich dazukommen, dass wir dann nochmal einen größeren Abverkauf zumindest mal hier in Richtung 42 US-Dollar Cent runtersehen. Ich bleibe bei meiner Meinung, es muss nicht so kommen. Kurzfristig bleibe ich jetzt erstmal einigermaßen bullish oder zumindest mal etwas positiver gestimmt, nachdem wir jetzt hier dieses Breakout gesehen haben, ob das dann wirklich nachhaltig ist. Das werden die nächsten Tage dann zeigen. Ansonsten kommen wir nochmal ganz kurz zu den News. Daily Digest Market Movers Ripple-Plan Vorschluss in Crypto Custody mit neuster Akquisition. Da hat Brad Garlinghaus, CEO von Ripple, teilt die Neuigkeiten in einen offiziellen Tweet mit. Also auch hier erstmal wieder ein bisschen bessere News. Hier am 13. Februar ist es schon drei Tage mittlerweile alt, aber trotzdem für XRP ist es relativ gut. Während sich das laufende Gerichtsverfahren wahrscheinlich negativ auf den Kurs des Vermögenswerts ausgewirkt hat. Ja, kann man schon sagen, zumindest mal ein bisschen zäher wirken lassen hat. Könnten Entwicklungen, die die Akzeptanz von XRP voranzahlen, wie die zunehmende Nützlichkeit und die Anwendungsfälle, Gewinne für die Altcoins katalysieren. Das auf jeden Fall, weil ohne, ich bin immer noch so ein, es muss einen Anwendungszweck haben und dann passt es auch. Das SEC-Verfahren hat Ripple dazu veranlasst, den Blick nach vorne zu richten und sich auf das Ausland zu konzentrieren. Macht natürlich auch Sinn. Das Unternehmen arbeitet daran, seine Zahlungsinfrastruktur für Unternehmen in den USA zu verbessern, zum Beispiel durch die Gründung einer Treuhandgesellschaft mit beschränkter Haftung, die von der Standard-Castity & Trust K.O. gegründet wurde. Also, gute News für ein, oder beziehungsweise für die Use Cases von XRP. Mal schauen, was daraus wird, aber ich bin immer noch der Meinung, solange dieses ganze SEC-Schmutzverfahren da einfach nicht vorbei, also zu 100% wirklich vorbei ist, also keiner wieder in Widerspruch geht oder sonstiges Fahren, glaube ich noch nicht an diesen Mega-Katalysator. Und so, wie sich die Stimmung momentan in dem ganzen XRP-Umfeld meiner Meinung nach ein bisschen dreht, sollten wir uns da auch nicht zu früh freuen. Ansonsten gerne mal eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben, was ihr momentan von XRP denkt. Schreibt es unten rein, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, einen Kommentar auf jeden Fall gerne für den Algorithmus. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns morgen zu einem neuen Video wieder, beziehungsweise später kommt nochmal ein Video, aber XRP jeden Freitag hier auf diesem Kanal. Dann war es das von mir, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und ja, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.